hallo heute wollte ich mal ein bisschen mit den texten anfangen schriften und zwar mal ganz schnell als einstieg erst mal was relativ einfaches das heißt einfach nur erstmal einen text geschrieben bisschen bunt gemacht und damit erstmal wisst wo ihr ungefähr hin müsst ich lösche den mal und dann erstellen wir einfach mal noch mal einen neuen text und in den nächsten tutorials warte ich dann mal ein bisschen effekte noch zeigen und so weiter und so fort betrinken wir shift und a und können hier über hinzufügen oder eben auch oben hier und der kopfteile über hinzufügen dann ganz einfach unseren text hinzufügen der erscheint dann hier und können uns mal ein bisschen zurecht schieben also ganz normal wie ein ganz normales objekt eben mit mit er zum beispiel drehen mit g verschieben und da könnt ihr euch das alles mal ein bisschen zurecht legen wir es eben brauchen mit r und y zum beispiel und jetzt können wir im prinzip auch schon anfangen generell könnt ihr die größe auch hier schon ändern das geht dann auch noch mal direkt in den texteigenschaften hier aber auch mit s zum beispiel und wenn wir jetzt mal über den bearbeitungsmodus reingehen das heißt das text objekt anklicken bearbeitungsmodus kennen wir hier daneben unseren text schreiben das heißt also das ist ja das was man am anfang immer am meisten sucht wo kann ich denn überhaupt den text eingeben da muss man einfach in den bearbeitungsmodus rein wollen wir den text jetzt bearbeiten gehen wir rechts auf objekt dateneigenschaften und haben hier dann im prinzip wie bei allen anderen objekten auch eben die möglichkeit das eben zu bearbeiten hier gibt es zum beispiel den filmmodus keine hinten vorne beides das heißt also man kann den text hier offen lassen halb offen dazu muss man natürlich den hier erstmal extrudieren damit man das überhaupt sieht ich gehe mal ein bisschen näher ran und jetzt zeige ich das mal wenn wir hier jetzt auf keine gehen ist da eben offen das heißt da haben wir eigentlich schon einen texteffekt das gleiche geht natürlich hinten geschlossen also da hat man fast wie so so schalen körper vorne geht natürlich auch und eben beides geschlossen da haben wir da eben dann richtig den geschlossenen körper an und für sich hier wie gesagt die extrusion also die höhe also die tiefe nach hinten und dann hier da versatz das heißt im prinzip das ist wie die dicke sozusagen also die linien an und für sich werden dann auseinandergezogen man muss ja natürlich schauen dass es sich nicht zu sehr verzerrt wie jetzt dass die linien sich überschneiden also das kann man nur bis zu einem gewissen maß machen dann geht es ja natürlich weiter hier ein bisschen was mit faden und so was das können wir ja später noch mal machen abphasen kann man ja auch noch das heißt ein bisschen runden und so weiter die eng ein bisschen bearbeiten also im prinzip das objekt profile das haben wir ja auch in den fad eigenschaften wo wir jetzt das profil hier noch bearbeiten können dass ich da text dann ein bisschen verändert also die 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 ansicht außen dass wir hier im prinzip die das lang laufende profil des textes eben in dem sinne verändern können hier habt ihr dann die möglichkeit schriften hinzuzufügen im prinzip reicht es wenn ihr eins benutzt das normal ihr geht immer auf den ordner und jetzt habt ihr hier in dem fall hunderte schriften zur auswahl falls ihr nichts angezeigt bekommt dann müsst ihr mal auf eurem rechner zu dem ordner navigieren wo euer system windows zum beispiel eben die schriftarten speichert hier ist das jetzt c windows fonds ihr könnt natürlich auch eigene ordner erstellen wenn ihr euch andere schriften runterladet also wenn er auf eurem desktop zum beispiel einen ordner erstellten mit euren eigenen schriftarten die ihr nur verblender verwenden wollt könnt ihr natürlich auch desktop von splender dann müsst ihr den ja auswählen und dann habt ihr eben einen anderen quell ordner dafür und hier könnt ihr dann wie gesagt eure schriften auswählen es ist natürlich hier so leider dass wir keine vorschau haben das heißt man muss irgendwo sich einfach mal ausprobieren oder man hat dazu seine schriften times new roman oder dieses comics oder erst diese standard schriften kennt man ja mittlerweile im laufe der jahre ansonsten einfach mal durchprobieren und schauen was denn so dabei herauskommt hier generell könnt ihr auch noch mal die größe ändern das heißt das was wir eigentlich mit es machen könnt könnt ihr ja auch noch mal machen und hier noch mal das verzerren das kann man im prinzip eigentlich auch als kursiv nehmen hier dann unterstrich unterstreichen das muss natürlich im text an und für sich mit drin sein dann könnt ihr das hier noch mal bearbeiten hier könnt ihr dann ein bisschen im zeichen abstand das heißt den buchstaben abstand auch dem wörter abstand und hier noch ein bisschen versatz machen und so weiter und so fort und da könnt ihr dann eben die grundlegenden einstellungen eure texte eben noch machen generell könnt ihr natürlich hier auch ganz normal wieder mit materialien arbeiten wenn ihr hier auf materialien geht ein neues material hinzufügen auch wieder über shading oder eben auch dieses ganz einfache material wenn ihr sagt ich möchte mir hier nur das hinzufügen und jetzt suche ich mal ein bisschen so dieses dieses blender orange raus so ungefähr das blende ich immer alles rundherum stehende aus und schon haben wir innerhalb kürzester zeit noch einen tollen text erstellt und das wirklich relativ einfach so in den nächsten tutorials war ich da mal noch ein paar kleine effekte einfügen das ist alles relativ einfach dabei wurde ich jetzt erstmal hier belassen als grundlage und dankeschön fürs zuschauen